Musik Schauspieler Chris Pratt, 39, Quadians of the Galaxy, und Autorin Katharine Schwarzenegger, 28, sind erneut in einer zärtlichen Pose fotografiert worden, diesmal tauschten sie einen Kuss in Los Angeles aus, die unter anderem bei der britischen, Delhi Mail, zu sehen ist. Ein Bild vom Juni zeigte die beiden ebenfalls bereits sehr vertraut. Bestätigen sie damit eine Neuliege? Geäußert haben sie sich noch nicht dazu. Doch sowohl der Hollywood-Star als auch die Tochter von Aktion Held und Ex-Politiker Arnold Schwarzenegger, 71, Terminator, sollen zuletzt Singles gewesen sein. Die jüngsten Fotos entstanden offenbar bei einem Ausflug zu einer Eisdiele mit Platz 5-jährigem Sohn Jack. Der Junge stammt aus der Ehe mit Schauspielerin Anna Farris, 41, Numpf. Die beiden waren seit Juli 2009 verheiratet. Anfang August 2017 trennte sich das Paar. Farris könnte ebenfalls wieder vergeben sein, denn seit Oktober 2017 wird sie regelmäßig mit Kameramann Michael Barrett, 48, Amelion Weistudy in der West, in Verbindung gebracht.